so herzlich willkommen zu einem neuen let's play together und zwar von payday 2 und ich habe mir eine stützung geholt von einem geheimen mitspieler ein gangster rapper bonjour und wir spielen jetzt ein spiel was sehr kompliziert ist schon allein die lobby war schon sehr anstrengend ja wir haben uns jetzt schon eine halbe stunde haben ja mussten schon googeln weil wir nicht rausgefunden haben wie wir zusammen spielen können und wir haben zwei andere mitspieler dabei die sich jetzt denken oh gott was sind das für noobs das machen was müssen wir machen wir müssen schmuck klauen ach so wir müssen bereit klicken ja ich hab drei mal daneben geklickt das ist echt ziemlich laut das spiel das stimmt das ist wahnsinn also ich würde sagen wir rennen einfach ich muss jetzt aus den einstellungen ach gottchen ja ich würde einfach sagen wir folgen mal oder die kennen sich bestimmt aus ich hab die vitrine ein man könnte richtige pläne und so auf dem auch gott das will ich weiß nicht wer das muss ich wurde entdeckt ich hab die maske aufgesetzt ich hab nicht meine wasche braucht man hat man hat dann einfach die maske aufgesetzt und dann stattdaten wurdest du entdeckt ich geh in deckung ich bin verletzter steht ich soll in deckung gehen wo kann ich denn hier rennen verdammt ich weiß es nicht wo sind denn die anderen hin ah nehmt mich mit wir haben es drauf was denn was für eine steuerung was denn hier ich hab einer schossen oh zivilist hörte schiss und hat die polizei gerufen das ist super was sollen wir tun oh schon wieder einer tot die sterben hier auch wie die fliegen das ist dann die roten sind unsere freunde ups also bei mir bisschen blau wahrscheinlich schießen die ganze zeit den zivilisten was nein da gab es oh da ist polizei oh oh der ist gerade drin dass ich die ganze zeit schießt haben wir schon was geglaubt ne ne hast du ein fadenkreuz oder eine pistole ne ich auch nicht ich schieße blind fluchtwagen irgendwo soll ein fluchtwagen sein also heute professionelles gaming euch ist hinterausgang der macht den safe auf ich glaube der kennt sich aus der macht den safe auf nebenzimmer waffengadget ein aus feuer modus wenn grinsen ist scheint mir sehr sympathisch warum gibt es denn die der safe ist aus das fadenkreuz ist wahrscheinlich rechte maustaste gedrückt und dann mit kümmer und korn ne f halten polizeivorstoß im gange what geht die immer vor ah das ist jetzt halt wir machen hinten den kaputten safe auf die schießen wo sind sie denn also wir haben es total drauf ja also fürs erste mal wir haben die steuerung rausgeholt oh ich habe ein fadenkreuz ich habe ein fadenkreuz ja wenn man beim schießen ist dann hat man fadenkreuz ja da brauche ich es aber nicht mehr ne dann ist es zu spät das stimmt kann ich mich denn drucken gar nicht okay äh steuerung weil ich nicht mehr und dann nur einmal f drücken um nicht schmuck zu nehmen er hat auch wieder die ganzen diamanten wer beschießt mich denn ich bin es nicht scheiße wo kommt die denn her ich weiß es nicht von hinten das ist so kompliziert warum ist alles schief bei mir bei mir ist alles schief und mir liegt alles aufm kopf das ist so kompliziert bei mir ist alles feindlich ich kann nicht auf achso was mir wurde aufgeholfen oh helf mir mal auf mir hat einer aufgeholfen mir hat einer aufgeholfen schön das versteht das nicht f halten zum greifen ich habe jetzt irgendeine tasche mitgenommen war das richtig sollst du dich an den Hintern greifen sonst hast du keine was warum denn wo müssen wir denn hin ich habe keine ahnung kannst du nicht aufheben jetzt erst mal drückteil witzig witzig warum sterben die nicht ich würde sagen die kamen die wurde aufgeholfen ja sinnvoll die pro gamer es ist immer noch so laut bei mir ich weiß gar nicht wo wir jetzt hin müssen Es ist immer noch so laut. Warum? Oh, jetzt ist es schön. Oh, angenehm. Ja, ich bin der Einstellung, der schießt auf mich. Was ist denn das für einer? Da steht irgendwas von 30 Metern wahrscheinlich. F-Trick, um Schmuck zu nehmen? Hm, Schmuck? Ich hab keine Imposition mehr. Das ist doof. Das ist sehr doof. Oh, ich wurde, glaube ich, verhaftet. Ich werde verhaftet. Er wurde aus dem Gefecht gesetzt. Haft in 25 Sekunden. Ja, das hab ich auch. Ich hatte keine Munition. Wo steht denn meine Munition? Oh, das ist der Freund. Auf den soll ich nicht schießen. Aber ich kann nur schießen. Ich seh jetzt noch nichts, aber ich kann nur schießen. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist alles schief. Krumm. Die wurde aufgeholfen. Pass mich nicht schießen. Das hilft gar nichts. Oh, ich hab noch ne andere Waffe. Cool. Der tut ja irgendeiner, der sagt grad seinen Arsch ins Gesicht schreiben. Wenn du zwei trichst, hast du noch Maschinengewehr. Oder eins. So, wo muss man hin? Die hauen alle ab. Auf der Map ist da irgendwas. Ach, da ist ein Fluchtauto. Nimm mich mit. Achso, da müssen wir die Taschen reintragen. Ja, irgendwie so glaub ich. Ach du Scheiße. Näh. Ach, näh. Aber immerhin haben wir was rausgefunden. Wir wissen schon, was wir ungefähr machen müssen. Taschen raustragen. Wer? Da tritt einer bei. Wahrscheinlich hat einer gelieft. Weil er gesehen hat, was wir für Kacknoob sind. Oh, Mann. Gibt's denn noch mehr Taschen? Ich seh keine mehr. Oh, ich will nicht sagen, ne. Aber beide, die mit uns gespielt haben, haben gelieft. Das glaub ich. Hätt ich auch gemacht. Wenn ich, wenn ich das Spiel könnte. Oh. Na, wenigstens. Aber ist hier noch eine Tasche für mich? Ich will auch nur ein bisschen Schmuck abgreifen. Ich weiß gar nicht, wie viel wir davon sammeln müssen. Ich weiß es auch nicht. Hab wir nur die Zeit überstehen müssen? Nee, das macht keinen Sinn. Ich weiß gar nicht, aber du hast die ganze Zeit so eine Tasche auf dem Rücken. Ist das normal? Nee, jetzt nicht mehr. Ich konnte die aber nicht in den Transporter packen. Hier, Schmuck. F drücken. Okay, ich hab Schmuck. Lauf mal zum Auto. Ja, mach das mal, ne. Ist hier noch irgendwo Schmuck für mich? Scheiße, ich hab abgeschossen. Von links irgendwie. Was von links? Ach ja, da. Huch! Oh, scheiße. Von hinten. Ich bin down. Oh, da hinten ist... Oh, da rennt von mir weg. Was denn das für einer? Angsthase. Ahhhh, sterb! Nein! Schon wieder einer? Das ist ein bisschen... Kann man das nicht einfach so die Leute reinholen? Muss man immer so einen Labattebildschirm machen? Ich weiß es nicht. Was ist das denn? Irgendwas steht auf mich. Wer steht auf meinem Kopf? Ich sehe dich an dem Auto irgendwie liegen. Ja, irgendeiner stand grad auf meinem Kopf. Mir hat grad jemand geholfen. Mir wird auch grad geholfen. Die Leute spielen nur mit uns, um uns zu helfen. Das ist Tutorial. Das ist alles nicht echt. Ähm... Bro-Gamer? Können wir jetzt fahren? Ich möchte bitte gehen. Diese Läser sind auf jeden Fall Scharfschützen von den Dächern. Ich möchte jetzt bitte gehen. Oh, was ist das denn? Oh, erfolgreich! Ist das jetzt gewonnen oder nicht? Ich glaub, das war erfolgreich. Ich glaub, wir haben was geschafft. Oh, wir sind so gut. Meisten außer Gefecht gesetzt. Katie Reschbeck. Na, super! Wo steht das denn wieder? Bei Statistik. Quest Answer von Spezialkiss. Katie Reschbeck. Bist du, du hast es drauf? Treffergenauigkeit der Crew. 27%. Wir haben es drauf. Überleben wir im Team. Eigene Statistik. Ich hab nur 3. Ich hab die Schutzweste freigeschalten. Oh, schön. Ich will auch was haben. Karten ziehen wird... Was? Karten ziehen wird erwartet? Was ist denn... Ich kann jetzt Karten ziehen! Ich auch. Was ist das für ein Spiel? Du, das Spiel kann süchtig machen. Bekommen. Waffen-Mod. Taktischer Schaft. Profi Visier. Das ist aber cool, dass man da noch was bekommt. Ja. Wir haben gewonnen, ohne überhaupt was zu wissen. Ja! Wir haben es drauf. Meine erste Panzerung. Ich setze jetzt mal. Irgendwie kann ich meine Schutzweste anziehen. Jawohl. Wie? Im Hauptmenü kannst du auf Inventar gehen. Da kannst du dann Primärwaffe, Sekundärwaffe auswählen. Wir haben ja noch nicht viel. Wie viel Geld hab ich denn jetzt? 95.000? Oh, geil. Akage wäre primär. Naherkampf. Panzerung. Ausrüstung. Maske. Ich möchte gerne eine eigene Maske machen. Mir wurde gesagt, das geht. Neue Waffe kaufen. Erhöht mein Ruflevel. Das ist totales Magendenken. Ich habe einen besseren Ruf, wenn ich eine tolle Waffe habe, oder was? Adidas. Wo ist denn jetzt? Ein Fertigkeiten? Was ist das? Vollstrecker. Ein Fertigkeitspunkt verfügbar. Mastermind. Ist ein manipulativer Anführer, der sich dadurch ausreicht, jede Situation zu beherrschen. Panzerung. Ach, hier sind die Masken. Ja, ich kann jetzt irgendwie... Ich habe einen Fertigkeitspunkt, den ich verteilen kann. Ähm, ich schau grad mal. Bei Fertigkeit wahrscheinlich. Technik? Zwei Stolperminen hat natürlich auch was, dass ich Stolpermin gegen kann. Ja. Ein Störsender. Gesperrt, gesperrt. Irgendwie alles gesperrt. Ähm, du musst unten gehen, unten. Das erste Bild. Du hast Mastermind, Vollstrecker, Techniker, Geist. Und unten hast du dann das untenste Bild, kannst du immer nur anklicken, weil du ja nur einen Punkt hast wie ich. Oh, zehn Prozent. Ach komm, ich nehme Gesundheit, Gesundheit ist immer gut. Ja. Techniker. Ich hätte es vielleicht mal richtig durchlesen sollen, aber ja. Ja, ich lese auch gerade durch. Der Geist, der ist scheiße. Ach, ich kann Munitionstaschen platzieren. Na, das ist doch gut. Du hast davon geschrieben, du hast keine Muni mehr. Ja, das ist nice. Aber ich glaube, bei Mastermind kannst du dann so Medipacks werfen. Genau, da kannst du dann Arzttaschen einsetzen. Mach mal das einfach mal. Ich werfe jetzt mit Muni rum. So, und die Frage, was ist hier Basis? Ach, können wir noch mehr kaufen? Ich habe nicht genug Geld. Wähle neuen Auftrag. Äh, so, wie hatte ich denn das gemacht? Wachhunde klingt auch äußerst interessant, oder? Ja. Wachhunde. Das Wichtige ist, dass kein Totenkopf daneben ist. Bewacht das Kokain im Laster. Das können wir, glaube ich, oder? Ja. Ach, guck mal, du bist auch schon drin. Ja, ist doch schön. Du bist doch schon breit. Schon breit. Ich bin immer breit. Allzeit breit. So. Mal gucken. Mal sehen. Also jetzt müssen wir ungefähr die Grundsteuerung schon machen. Jetzt haben wir ja schon die Top-Spielerfahrung, ne? Fragt schwere Panzerung noch schwerere Waffen. Level 9000 hat man jetzt erreicht. Was ist denn das für eine Anzeige da daneben? Diese 26, 26, 75, diese Halbkreise. Das ist der Ping. Warum steht das nicht da? Ich habe keine Ahnung. Das war geraten. Kann doch die Penislänge sein oder sowas. Das wäre auch bei mir recht blöd, ne? Stimmt. Und die 75 ist, naja. 75 B. Ach so ein Körbchen? Was ist denn ein 26 für ein Körbchen? Ein komisches Körbchen. Er ist nicht breit. Oh. Du bist der Einzige, der nicht breit ist. Dieser Herr war ja. Der macht nur Scheiße, weißt du. Echt? War ja. Hast du wenigstens deine Schutzweste angezogen? Ja, das habe ich gemacht, Mal. Ja. Ich auch, glaube ich. So, dann verkacken wir mal, ne? Aktiviertes Ziel. Bringt das Koks in Sicherheit. Ja, Taschen schnappen. Ich schnapp mir ne Tasche, alles klar. Tragen Koks. Wie im Real Life. Oh, so viele Schweine hier. Geil. Ich weiß gar nicht mehr, wer welche Spieler sind und wer die Schweine sind. Ich bin ein Schwein, auf jeden Fall. Ich bin ein Weltschwein. Ich bin ein Wildschwein. Ich versteck mich hier durch. Müssen wir hier die Tür aufmachen? Ich hab keine Ahnung. Da unten ist ein Sägeblatt auf dem Boden. Das gehört bestimmt zu den Schweinen. Oh, die Tür ist auf. Lalalala. Das Gefühl, wir müssen schießen und ich sehe nichts. Ich hab das Gefühl, wir müssen überleben. Ich sehe gar nichts. Ja. Ist es bei dir auch so grau? Ja, so grauneblich. Ich schieße einfach drauf los. Aber ich glaube, ich habe schon ein paar getroffen. Feuer erwidern. Na, wohin denn? Lalalala. Oh, es wird besser, es wird besser. Wie sie alle hier am Eingang stehen und sich vorbeidrängen. Es kann doch nicht sein, dass wir hier nur in dem Auto sitzen müssen, oder? Das wäre jetzt einfach... Es kann nicht sein, dass ich kein Fadenkreuz zum Schießen habe. Ach, ich gehe jetzt raus. Das ist ein bisschen komisch, das stimmt. Ich gehe auch mal raus. Wird mir schon was sagen, bitte kehre wieder zurück oder so. Oh, ich bin voll gut. Ich nicht, aber... Das merkt keiner. Irgendwo muss man ja das Koks bestimmt hinkriegen. Hast du schon mal rausgefunden, wie du dein Medipack werfen kannst? Oder deine Funktionskiste? Also, es ist nicht wie ein Battlefield auf 3. Ja, das habe ich aber da oben. So ein Scharfschürzen, links oben. So ein Scheiß. Rechtsblick ist es nicht. Oh, was ist das? Ich will es nicht wissen. Oh, was war das denn? Ich habe was anderes rausgefunden. Was denn? Ah, gucke mal. Jetzt geht es nicht mehr. Jetzt guckst du, jetzt geht es nicht mehr. Doch, hier. Links von uns. Stirb! Ja, super. Ich werde dir von der einen Seite beschossen. Ja, ich habe den eigentlich gerade in den Arsch geschossen. Ich schliege immer ein bisschen rum hier. Aber ich finde es schön, dass ich auch schießen kann, wenn ich liege. Blöder Zeitpunkt zum Nachladen. Wie hast du dich denn gelegt? Wahrscheinlich geputzt worden. Ich habe mal Mittagsschlaf gemacht, weißt du? Ich bin unlaustilig, wenn ich meinen Mittagsschlaf nicht habe. Geh um zu werfen, geh. Ach, ich habe die Tasche weggeworfen, verdammt. Die sind alle nicht in deinem Tier. Warum sind die so böse zu mir? Eine Brute Waffe. Wo bist denn du? Wo stehst du ungefähr? Da, wo ich vorne auch stand. Die Waffe ist alle, verdammt. Ich weiß nicht, wie man Medipex wirft, bevor du fragst. Ich weiß es auch nicht. Es steht doch nicht in der Stellung, glaube ich. Ich habe keine Muni mehr. Ah! So. Wir sind Scharfschützen. Ähm. Ähm, 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 ähm. Oh, ich bin im Chat. Oh, jetzt hat wieder einer geliebt. Oh, jetzt hat wieder einer geliebt. Bring das Kurs in Sicherheit. Aber was ist denn hier in Sicherheit? Wo ist denn die Sicherheit? Ich bin auch da und scheiße. Ich würde dir gerne helfen, aber ich weiß nicht wie. Also wenn du noch stehst, dann lauf... Ah, da kommen zwei. Also du musst dich nur neben die Leute stellen und dann F gedrückt halten. Ja, hier kommen bloß gerade welche und ich habe keine Muni mehr. Oh, hier kommen echt viele. So, Steuerung. Das ist jetzt die perfekte Zeit, um nachzugucken. Tastenbelegung. Es lebt nur noch einer. Feuermodus. Granate werfen ist auf drei. Rennen, springen, ducken. Schreien mit F, okay. Tasche werfen mit G. Das ist ganz richtig. Ich weiß trotzdem nicht, wie das funktioniert mit dem anderen. Waffe wechseln. C. Ziel für Richtung Maus 1. Haben wir gewonnen? Ja. Schnee. Was macht denn ihr, wenn ich in den Einstellungen bin? Kein Geld auszuzahlen. Wenn ich Stellung wissen würde, das wäre natürlich nice. Scheiße. Scheiße. Ich habe gerade mal in die Steuerung reingeguckt, aber steht auch nichts von Medipig werfen. Oder so. Ich sage ja. Und G macht auch keinen Sinn, wenn ihr die Tasche wegwirft. Ja, nimm das Koks, ich will es gar nicht. Option. Was ist denn das? Steuerung. Na, bevor ich in die Steuerung wieder reingucke, mache ich erstmal einen Aufnahmeschluss. Verabschiede mich ganz toll. Entschuldige mich für das professionelle Gaming. Und ich würde sagen, Rha rappt die Endworte. Jo, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sind cool, wir sind voll die Noobs, aber ich gehe zur Schule morgen. Am Samstag? Nein. 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 millimeter